Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Nahrungsergänzungsmitteltest hier auf dem Kanal. Ich stelle euch wieder was von meiner aktuellen Lieblings-Nahrungsergänzungsmittelmarke Puracell vor und heute geht es weiter mit einem sehr wichtigen körpereigenen Antioxidant, was man aber eben unterstützen kann, indem man es von außen zu sich führt, nämlich Glutation. Glutation plus Resveratrol, auch ein wichtiges Antioxidant, hier auch nochmal in erhöhter Form, aber das haben wir auch bei den ganzen anderen Produkten von Puracell drin, bei den ganzen anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Und heute geht es weiter mit Liposomales Glutation plus Resveratrol. Super geil, mit leicht scharfer Schwefelnote, stimmt aber, kommt echt vor. Und ja, wir haben ohne Gentechnik, ohne Farbstoffe, glutenfrei, laktosefrei, vertrieben, beziehungsweise ja, vertrieben von der Puracell GmbH im Kapellenweg 64 in 46 514 Schermbeck. Schöne Grüße natürlich an alle aus Schermbeck. Und was ist Glutation erstmal? Glutation ist ein körpereigenes Antioxidant, also ich erkläre das alles nach meinem Wissenstand. Ich bin kein Biochemiker, ich bin kein Mediziner. Ich würde mich so als so, ja, so freier, freier Wissender oder freier Informierender bezeichnen, der halt gerne, der Wissen liebt, einfach in jeglicher Form und Art und Weise. So, Glutation, körpereigenes Antioxidant, ist antioxidativ, entgiftet, unterstützt das Immunsystem, steuert die Zellteilung und den Zellstoffwechsel, ist hierfür sehr wichtige Schritte notwendig. Könnt ihr euch alles mal genau anschauen, von irgendeinem Chemiker oder so, das erklärt, ist da sehr wichtig. Befördert Aminosäuren in die Zellen, macht Radikale unschädlich, also Sauerstoffradikale. Ja, also es ist wirklich ein super Ding, also wirklich ein super Teil, Glutation, sehr effektiv, der stärkste körpereigene Antioxidant und man muss es zwar nicht zuführen, aber wenn man es sich zuführt, unterstützt es halt nochmal den Glutationhaushalt im Körper. Und Resveratrol hatten wir bei allen purer Zelldingern dabei, ist auch ein Antioxidant, auch sehr wichtig bei körperlichen Prozessen, ja, wirkt sich auf Entzündungsprozesse auf, ist für Alzheimer. Also man kann es echt bei vielen Dingen anwenden, schaut euch da am besten noch ein Video an, um zu Leuten, die ganz genau erklären, was das im Körper macht. So, mit leicht scharfer Schwefelnote und wir 250 Milliliter mit drin und wir schauen uns jetzt die Inhaltsstoffe je 8 Milliliter an, also pro Portion. Wir haben einmal Phospholipide, 1040 Milligramm, Liposomal, wie ich in jedem Video erkläre, heißt einfach, dass es schon direkt im Darm oder im Magen aufgenommen werden kann und nicht erst über die Leber oder über die Niere, wo dann auch nochmal sehr viel flöten geht. Dann haben wir Sandornextrakt, 480 Milligramm, Glutation, 400 Milligramm, geil, pro Portion fast einen halben Gramm extra Glutation, was euren Körper unterstützt bei seinen Reinigungsprozessen. Und Respiratrol, auch hier nochmal 40 Milligramm, sonst haben wir immer so 2,4 zusätzlich dabei hier, 40 Milligramm, wirklich super geil. Kommen wir zu den Zutaten. Wir haben flüssige Nahrungsergänzungen, auch hier mit Süßungsmitteln. Wie ihr aber mal letztens schon gesehen habt, das meiste könnt ihr auch pur kaufen, aber auch hier, ihr werdet sehen, also ich komme jetzt mal zu den Zutaten. Wir haben als Hauptzutat Wasser. Dann haben wir Süßungsmittel Xylit. Schaut euch die Studienlage an, eins der besten, also wenn nicht das beste Süßungsmittel, neben noch das beste nicht natürliches Süßungsmittel, sagen wir es so. Dann haben wir Phospholipide aus Sonnenblumen, Sandornextrakt, Glutation, reines Glutation direkt, natürliches Mangoaroma, geil, wusste ich bis jetzt gerade auch noch nicht, und Respiratrol. Also super Inhaltsstoffe, super Ding, einfach weil wir das Aroma noch drin haben und das Süßungsmittel, was jetzt nicht so wichtig ist, aber weil das eigentlich voll okay, gibt es von mir hier am Ende eine 1. Ansonsten natürlich auch hier eine 1+, super wichtig für den Körper, vor allem wenn es euch nicht gut geht. Mich hat ja vor jetzt knapp 8 Wochen, wenn ihr das Video seht, vor knapp 12 Wochen, hat mich ein Insekt gestochen und ja, seitdem habe ich so chronische Müdigkeit, fühle mich ein bisschen schlapp, alles ist, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen anders geworden, über Nacht direkt, falls jemand was ähnliches durch einen Insektenstich erlebt hat, schreibt es mir gerne und vielleicht findet man da irgendwie zusammen eine Lösung. Aber ich werde das natürlich alles auch für euch hier live trinken, nicht nur labern, so, relativ, oh ja, das waren jetzt schon 9 Milligramm, aber egal, also nicht egal, aber halb so wild, sagen wir es so, dann habe ich halt 400 irgendwas, Milligramm Glutation, auch nicht schlecht. So, wir vermischen das Ganze mit Wasser. Ich kriege hier auch, wie gesagt, kein Geld von Puracell, ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Wäre halt cool, muss ich sagen, weil es kostet jetzt nicht alles gerade wenig, aber jetzt auch nicht viel mehr als die meisten anderen Nahrungsergänzungsmittel. Also, dafür, dass es liposomal ist und ich weiß, dass die Personen dahinter wirklich, das sind halt Biochemiker zum großen Teil und die wollen halt einfach was Gutes oder den Körper unterstützen. So, Leute, auswohl und nicht nur Geld machen. Und wir hauen uns das mal rein. Ja, mit der leichten Schwefel, leicht scharfer Schwefelnote, das stimmt. Aber kann man, also ist, ja, kann man auf jeden Fall ohne Probleme noch trinken. Finde ich das Schwefel noch ein bisschen schlimmer, aber es geht auch schon in so eine Richtung, es wird nicht für jedermann was sein. Also, so viel kann ich euch schon mal sagen. Aber für die Gesundheit würde ich alles tun. Also, ich habe schon gesagt, ich würde mir einen kleinen Finger abhacken, so, dass ich mich wieder so fühle wie davor oder wieder so komplett gesund halt fühle. So, Leute, das war es mit den Glutationen. Liposomal, Gesundheitsnote 1, aber auch nur wegen den Zusätzen halt, sonst 1+. Und Geschmacksnote, ja, 2-. Kann man auf jeden Fall noch trinken, das Mango-Aroma rettet auf jeden Fall einiges, das Xylit auch. Aber ihr werdet es selber merken, ist schon ein bisschen Gewöhnungssache. Aber trotzdem, 1- auf jeden Fall, super geiles Teil. Kann ich nur empfehlen, für jeden, den es nicht gut geht oder der gewisse Krankheiten einfach vorbeugen möchte, weil wir werden alle krank. Also, solange noch nicht, ne, die Leute sind schon dabei, aber es gibt es noch nicht. Und solange wir uns unser Leben nicht aktiv verlängern können oder Krankheiten, seltene oder egal welche Form, aktiv beseitigen können, schnell ohne Nebenwirkungen, ohne Langzeitfolgen, werden wir alle krank. Und deshalb beugt es dem vor oder kämpft gegen akute Krankheiten an. Und ja, das war es von mir und das war es von Liposomalen Glutationen und Respiratrol. Geiles Ding, wie gesagt. Ansonsten bleibt immer schnell happy, gebt niemals auf. Gript von mir natürlich eine klare Nahrungsergänzungsmittelempfehlung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer schnell happy bleiben, niemals aufgeben. Ciao, ciao.